Jo, moin moin und herzlich willkommen zu Reaktion Bus Simulator 21. Wir sind wieder am Start, gleich ist sie im mittel auf der Route, aber das ist jetzt nicht egal. Wir haben alles aufgewertet, Highlander Park ist jetzt komplett oben auf 5, da ihr seht es gerade komplett, wir haben es geschafft. Und das heißt, es geht heute weiter mit dem wieder auf Mission. So ist es hier. So, Änderung übernehmen, das ist glaube ich die Haltestelle, ist die perfekt ausbalanciert jetzt? Ja, sie wäre komplett ausbalanciert, das heißt, nein, in der Park so dass die vier Haltestellen hier, warte mal, guck guck, wo ist denn das jetzt? Das ist jetzt vier Haltestellen, ja? Hier, nachfragen. Ach so, ja, das ist die Haltestelle, ist die rote Haltestelle. Hallander Park, 1, 2, 3, 4, die ist das. Ja, du mal, Ileko ist es, ne? So, gut. Genau, das ist hier vorne. So, dann gehen wir heute tatsächlich den ersten großen Teil dieser Mission an. Das ist schön, dass wir dabei sind wieder. Und das ist jetzt eine ganz andere Route, und wir fahren jetzt tatsächlich. So, ich hoffe, dass das jetzt hängt, wenn man zeitmäßig ist es ja, ist es überhaupt, weil ich jetzt auch eine Scheiße baue. Ich hoffe, das ist 14 bis 19 Uhr. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Rote zu tun sind. So, Alex hat view, Hallander Park, genau, Kalender mal rein, noch 14 bis 19 Uhr. Perfekt. Okay. Das sollte eigentlich kein Problem sein jetzt. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich hoffe, dass es dann gezählt bekommt, und dann kann man nämlich tatsächlich das Thema Abschließung, und dann gibt es euch weiter mit Oakwood in der nächsten Folge. Einfache Fahrt, bitte. Gut. Gut. Du kleiner Sacklatter. So, das ist ein schönes Hallander Park Hotel. Das sind vier Haltestellen insgesamt nur. Ich lösche die 24 im Hallander Park und die 25, damit ich weitermachen kann, nämlich die Bisse wieder frei habe. Mein größter Termin ist hier alles mit dem Weg zu fahren, soweit es irgendwie möglich ist. Jetzt geht es auch nicht um Aufwärten oder sowas auch immer. So, Senioren-Ticket, einfach Fahrkarte durch. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, dann gehen wir nach Oakwood weiter. Danke. Jo. So. Das ist doch nicht wahr, Alter, erst hört sich die Scheißkarre daneben und dann kommt man noch ein Fußgänger rüber gerutscht. Ah. Ah. Den vorigen, also mein Auto habe ich noch gesehen, aber der neben mir steht, aber den Fußgänger, dass der, das im letzten, wo wir noch ein Fußgänger rausgehen. Ja, das ist nicht schlimm, leider weniger, nein, alles gut, es ist passiert jetzt einfach und, äh, wir haben momentan genug Geld, wir haben auch glaube ich jetzt als Komma, vier Millionen oder so, ich werde auch nicht groß auf Trophäenjagd geben, eigentlich 33 Prozent oder so, ich bin jetzt sowieso nicht der größte Trophäenjäger. Mensch, da kann sogar ausgebaut werden. Die geht jetzt auf 8 sogar hoch. Äh, Senioren-Ticket, was sag ich, die ist halt zur Stufe 10. So, meine Frau hat einfach auf die Karte. Hi. Hallo. So, Senioren-Ticket, Tageskarte. Ich bin froh, dass wir es in der letzten Folge sogar noch hingekriegt haben, den Hall in der Parkour zu pushen, dass wir das geschafft haben. Also, das wäre ich ja nochmal erfahren müssen. Die Folge geht es um so zu und so eine halbe Stunde. Und jetzt hoffe ich, dass wir die letzte gleich abschließen können. Und danach, wenn wir das fertig haben, dann stelle ich euch die gute Pro-Port und dann fahren wir so in der nächsten Folge. Dann nehme ich die Haltestelle, die wir noch nicht haben in der U-Port. Äh, ne, doch, und dann haben wir so. Also, jetzt kommt ihr mal mit, das ist auch noch eine Haltestelle. So, jetzt hoffe ich, dass wir das Thema abgeschlossen haben. Zumindest den ersten Teil dieser großen Mission. Geschafft. Gut. Äh, gut, dann haben wir das noch abgeschlossen. Perfekt ausgelegte Route. Das untere Teil haben wir schon mal geschafft. Wie gesagt, der große Teil sind halt die ersten beiden. Ähm, die viereinhalb Sterne auf allen anderen Rücken. Die rücken wir auch ohne Probleme hin. Dazu müssen wir so einfach nur fahren. Die ganz große Route mit diesen 55 Minuten, die wir euch schon mal gefahren haben. In der Folge 55. Die fahren wir dann auf viereinhalb Sterne. Da müssen wir wirklich fast alles gut machen. Und dann kriegen wir das auch irgendwo schon hin. Gut. Dann gehe ich jetzt. Gut, ich baue ich jetzt die Route 24 und 25 nehme ich jetzt raus. Das sind also diese alten Stellen im Highlander Park. So. Und dann ist die mal raus. Die wir mal raus. Brauchen wir nicht. Dann ist die 24 jetzt raus, dass die letzte Mal in der Park. Ach, geh mich damit mal. Ich glaube jetzt hat die 25 waren. Without the other. Das ist einfach alles so, in der Highlander Park. so thema in der pack ist durch ich stelle ich das neue route die bau waren wir danach jetzt ist es ja schon mal durch ist hier die unten normal so ob wir das opfer so genau die und welche sind das noch nicht alles bis auf die da rechts unten genau alles klar gut es müsste jetzt eigentlich diese haltestellen sein änderung übernehmen so haupt ist das die alles hier ja das sind alles die haltestellen perfekt sondern setzt sich dem ich die jetzt halte ja wie gesagt die rutschen haben wir schon noch fünf da unten da gut alles andere darum noch nicht die eine über das wird man sich mit damit wir die nahrung nach abwerfen können aufwerfen können gut dann konfiguriert die kurz rest awkward auf fünf so genau die stelle ich euch sicherlich dabei von der folge eingebaut habe mit dem heiländer park um damit tut ihr macht ihr quasi alles richtig ihr habt dann die aufgaben gelöst und ja jetzt plane ich hier noch im bus ein der verkehr ist jetzt wohl wie gesagt wir brauchen sie ja eigentlich nur das wort das ist nur 13 minuten das heißt wir können die ruhig zwei drei malen pro folge fahren und einfach diese halte stelle hoch zu pushen vermutlich müssen wir so auch dann machen dann hätten wir die nächste auf fünf also wie gesagt es ist jetzt ein bisschen was arbeit alle der praktisch durch die kugeln ist durch an und packt es durch nichts wie gesagt irgendwo und west so gut dann hätten wir noch mal zwei stück dann werden wir bei fünften die wir haben jetzt sind ihr wie gesagt 21 stadtteile also wir müssen es ist viel zu stark es ist jetzt step by step stadtteile aufbauen dann haben wir alle haltestellen alle bus haltestellen auf fünf aber die aufgabe und dann fahren wir zum abschluss wahrscheinlich hier die zufrieden von 4,5 auf eine route auf allen stadtteilen und dann sind wir einmal durch mit dem bus zumal hat und zumindest mit angel shores aber dann siehst du wer die machen wollen das liegt an euch aber da bock drauf habt wenn ihr natürlich dann bringt sie drauf hat dann machen wir das noch aber dann mache ich so neue reihenfolge von dann über die operierung her und ja aber ja das liegt an euch ansonsten machen wir gleich breit und dann sehen wir mal schauen wir mal was vor damit danach machen aber in anderen simulatoren machen ich habe noch ein bisschen was da oder ob man dann erstmal sagen wir machen eine kleine pause und es geht das so weiter damit wenn du siehst das sieht wie gesagt alles müsste man neuer schreibt einfach die kommentare wie er bock drauf hat so also ich weiß dass er relativ gut ankommt ich guck mal gerade dk bus ja der hatte die kompost auf jeden fall auf fünf ist mir auch gar egal so fangen wir rüber zur west so wie macht man eine kleine schnellreise darüber und dann nächste folge wie gesagt so gut dass ich mir die west opfer auf 5 so mich raten die steht natürlich wieder auf der anderen seite fahrgasse lieben fahrgasse natürlich steht die auf der anderen seite steht der bus auf der falschen seite es war klar welch eine überraschung aber das kriegen wir schon die wechseln wir drehen einfach nicht oder 9 dollar für die vielen gelenk muss sind und zu stark biegst ich glaube ich dass der firma machen würde wäre das glaube ich wäre das glaube ich ein bisschen teurer ich ziehe gerade warum wie gesagt es geht jetzt erst einmal nicht um irgendwelche sachen wie gesagt in letzter linie geht es zur richtung vorbereitet wie gesagt dann haben großen größte deutsch mal weg diese abschlussmission und in der nächsten folge geht es dann weiter fahren wir mit oakwood und bis dahin sehen wir uns wieder bei busomato 21 bis zum nächsten